Willkommen zurück zu Bayonetta und weiter geht's. Ja, im letzten Part haben wir ja den spinnartigen Boss besiegt. War echt geil. So, jetzt muss ich mal gucken. Na gut, später. Du wirst wirklich nicht lieben, was kommt weiter. Ich hoffe, dass du das kennst. Keine Ahnung. Herr Cheshire hat eine riesige Entfernung im Flugzeug und verrückte Essen. Denken Sie es. Die Dinge, die auf dem Jet, nicht nur werden uns auf der Erde landen. Du denkst, dass wir einfach sagen können, hey, wir sind hier, und sie bringen uns ein Kacke? Die Dinge sieht gut aus hier. Aber je nach unten geht's, desto schwer es ist, nicht zu erkennen, die Realität ist. Okay. literally. Cheshire, schau! Ach du Scheiße! Ja, ich weiß zwar nicht, was ich machen muss, aber... Ähm... Abfeuern... Paketen... Aha... Bewegen... Ausweichen... Ja okay, kann ja nur schief gehen... Wir probieren es einfach mal... Okay, ausweichen... Okay, da habe ich jetzt fast gar keine mehr... Okay, die Steuerung ist auch wieder verkehrt rum... Hoch ist runter... Aha... Aber bis jetzt schaut es ja ganz gut aus, oder? Ja... Mhm... Ja, das sieht so aus, ob man gar nicht da an den Turm hinkommt... Gar nicht näher kommt... Hm... So, drehen wir mal kurz... Äh... Oh, jetzt haben wir wieder neue Magie dazu gekriegt... Ja, immer kommt hier rein in den Strahl... Oh... Oh, und jetzt wollen die hier auf meinem mich auch noch hier auf meine Rakete hier belästigen. Das können wir gar nicht zulassen. So. Oh, ja, 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 ja. Das ist sehr verwirrend, Leute. Ich sag's euch. Oh, Hexezeit. Aber wir kriegen ihn ganz gut. Volle Konzentration und er ist platt. Oh, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Immer diese Engel hier. Nein, 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 nein Ha ha, Hexenzeit. Ist auch wieder so eine Fahrt, die nie endet, oder wie? Oh, da kommt wieder ein Großer. Oh, da kommt wieder ein Großer. Oh! Hey! Okay. Volle Konzentration. Jetzt haben wir ihn aber. Mann, wie lange geht denn das noch, frage ich mich gerade. Und dann passt auf, zum Schluss kommt dann irgendwas mit, äh, Dings wieder. Click Event. Die haben wir gut ausgewichen. Die sind schneller wie hier, ne, die sind eindeutig schneller. Ja. Uiuiui. Jetzt kommt wieder was großes. Ich glaube jetzt nehme ich mal einen Lucha. Komm her. Ah, der hält schon mehr aus, wie die anderen. Und weg ist er. Und wir sind da, glaube ich. Ja, sorry, dass ich nicht so viel geredet habe, aber habt ihr selber gesehen. Man muss sich da übelst konzentrieren. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was das bewirken soll. Naja. Egal. So eine Stadt der Eigel, mal. Ah die schon wieder eine kreise und Macht Jean, wenn du ihn so weit bist, wird das genug sein. Du bist wieder auf dein eigenes Selbst. Das ist wo wir einiges begonnen haben, wie wir unter dem Leben gemacht haben. Ein Freund von meinem Schwer ist auch mein Schwer, Be it witch or sage. The Lumen Sages. They were our counterbalance as overseers. Between us, there was a law that was never to be broken. It stated that the intersection of light and dark would bring calamity to this earth. But 500 years ago, a child was born in clear violation of this tenant. That child was you. 500 years ago. The disaster this caused sent the clans into a spiral of chaos. That continues to be felt to this day. You, the half-breed of light and dark, are at the center of that chaos. Allowing you to continue to exist is a danger that cannot be accepted. When the eyes of the world are within our grasp, the power of creation will be awakened. That is why the left eye, our treasured left eye, will never fall into the hands of another! Bayonetta, it is time that this is brought to an end. That you are brought to an end. You, you did it. It is our charge as witches, to protect the treasures of the clan. By any means necessary. Even if it means burning every inch of this island to a crisp. I'm really beginning to hate missiles. You know, I have no idea what the hell you girls got going on here. But you don't mind if I take this off your hands, do you? I have no idea. Get in, Ceresita. Mommy? 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 Oh! They can't hear me! Was macht dich so fertig, du? Die war ja bis jetzt immer keine Herausforderung, die Olle. Wird sie jetzt wahrscheinlich auch nicht sein. Oh, oh, hier kippt alles um. Oh, die kann sich auch... Ah, hier ist die Weiße. Also sind wir jetzt die Bösen oder was, weil wir schwarz sind? Komm her, ich mach dich schwarz, du alter Ziege. Kann das sein, dass die... Ah, da hab ich wieder nicht reagiert, schnell genug. So ein Mist. Na ja, gut. Das kennt man ja schon bei mir. Aber jetzt... Ja, boah. Komm her, du. Das ist so ein bisschen Strom, du. Habe ich... Oh Mann, das kommt immer so überraschend. Boah. Man kämpft, ne? Und auf jeden Fall soll man dann schon wieder ein Click-Event da. Das ist einfach nicht mein Fall. Wie kann ich dann eigentlich... Naja, ist ja auch egal. Ich wollte eigentlich die Feuerkrallen haben. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich da wechsle. Nochmal. Nochmal. Komm, jetzt hab ich gemacht. Komm, bestimmt noch öfter mal so ein Click-Event. Oder? Ach gut. Festen Boden unter den Füßen ist immer gut. Komm her. Das sah gerade aus, ihre Haare. Wie komik, ey. Dann kommst du mir nicht. Diesmal... ...kriegst du den Arsch voll Platin. Ja, geil. Wo wir... Ach nee, jetzt ist zweimal gestorben. Das zielt dazu. Enddings dazu. Jetzt ist es fest. So ist es. Die Angst ist noch nicht aus deinen Augen. Angst? Die Erinnerungen, die du seit 500 Jahren hast, sind die Angst. Hier haben sie die Vision geflogen. Aber jetzt hast du deine Fähigkeit acceptiert. Das ist wie du mich bestierst. Das ist der Grund, dass du das am liebsten von Umbringchen besonderst hast. Das ist der Grund, dass du das Leichtes Eindruck besonderst. We fought for this stone, and because of it, everyone died. That gem brings back so many memories. That is why the left eye, our treasure's left eye, will never fall into the hands of another. I will not stand for the wild ambition of a treacherous Lumen sage who disrupted our age-old balance. Your path ends here. Do not fear your fate. Stand, Teresa. In the innocence of our childhood, we used to play together as friends, but as time passed, perhaps even my eyes were clouded with fear. We were. Do not fear your fate. Stand, Ceresa. Stand and open your eyes. With every truth, there is another one to be seen. Sean. 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 Sean.